Justizbehörden warnen momentan vor einer neuen Betrugsmasche auf IB Kleinanzeigen. Auf der Verkaufsplattform kursieren dubiose Stellenausschreibungen. Cyberkriminelle versuchen, mit lukrativen Jobangeboten zu locken. Versprochen wird ein hohes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und vieles mehr. Doch eigentlich wollen die Betrüger nur an sensible Daten herankommen. Wer auf das Angebot eingeht, wird gebeten, zu Testzwecken oder auch zur Verifizierung ein Bankkonto zu eröffnen oder ein schon vorhandenes zur Verfügung zu stellen. Die Betrüger nutzen dieses dann für ihre kriminellen Machenschaften und machen ihre Opfer zu unwissenden Komplizen. Den vermeintlichen Angestellten droht dann nämlich eine Strafverfolgung wegen Verdachts auf Geldwäsche oder Onlinebetrug. Wir empfehlen Jobsuchenden, sich nicht von lukrativen Angeboten blenden zu lassen und jede Anzeige sorgfältig zu prüfen. Erklärt Harald Schmidt, Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, in einem Beitrag auf der Plattform. So sei es etwa ratsam zu überprüfen, ob es die Firma aus der Anzeige wirklich gibt. Stutzig werden sollte man unter anderem auch, wenn der Job auffällig großzügig vergütet wird. Grundsätzlich gelte, je verlockender ein Angebot ist, desto misstrauischer sollte man sein.